Eine der großen Stärken von KI-Modellen liegt darin, kompakte Informationen aus komplexen Datenmengen zu extrahieren. Genau darauf setzt der Early Access Service Geotap ACE. User können damit nach konkreten Informationen wie Vergleichen und Statistiken zu ihrer Flotte fragen, ohne sich mit der stetig wachsenden Datenbank beschäftigen zu müssen. Geotap erhält hierfür den Sonderpreis für die beste Innovation. Wir von Geotap bedanken uns ganz herzlich für den Telematik Award 2024 in der Kategorie Beste Innovation für unsere Lösung Geotap ACE. Künstliche Intelligenz ist aktuell wohl das Schlagwort im Fuhrparkmanagement und daher freuen wir uns insbesondere, dass unsere Arbeit in genau diesem Bereich mit dem Telematik Award belohnt wurde. Geotap ACE ist der KI-Assistent, der es Flottenmanagerinnen und Flottenmanagern erlaubt, blitzschnell und einfach Antworten auf relevante Fragen im Fuhrparkmanagement zu bekommen. Dabei bringen wir state-of-the-art KI-Technologie in den Fuhrparkmanagement-Alltag. Wir freuen uns besonders, dass das Kundenfeedback bis dato sehr, sehr positiv ist auf Geotap ACE, was uns bestärkt weiter in den Bereich künstliche Intelligenz zu investieren und damit Fuhrparkmanagement weiter zu revolutionieren. Ich darf den Preis hier stellvertretend annehmen und bedanke mich ganz herzlich bei den Kolleginnen und Kollegen vor allem im Bereich Data Analytics, die Geotap ACE so schnell zur Marktreife gebracht haben. Vielen Dank!